Hallo und herzlich willkommen zu Let's Rock Games. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zu den kleineren Aufgaben, weil uns Amita, glaube ich, uns den Tipp gegeben haben, wir sollen doch vorher erstmal noch ein bisschen alles beenden, bevor wir zu dem Punkt kommen. Das werden wir jetzt auch tun. Entschuldige, hast du eine Sekunde? Ich habe das in G ausgerüstet und ich habe mal eine andere Frage mitgenommen als die Sniper und zwar die Spast. Was kümmert das mich? So. So. Da hinten. Ich hätte da abbiegen müssen anscheinend. Verdammt. Genau, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. What did, jetzt? So, nichts passiert, weiter geht's. Immer Augen auf die Straße, das ist auch noch dazu. Und wir sind schon in dem Gebiet. Jetzt bin ich mal gespannt, was müssen wir tun. Alle Bomben unbemerkt entschärfen, ach du Scheiße. Das hatte ich ja jetzt vergessen, was für Doftrack ich hier angenommen habe. Hätte ich ja doch die Sniper gebraucht, so eine Kürze. Ah, das schaffen wir schon. Ähm. Ersten. Können wir ein Messer machen könnten, fällt mir grad auf. Äh, so müsste es stimmen. Das weiter. Schon haben wir die erste Bombe entschärft. Geh, ne Kunst. Na, legt schön. Perfekt. Uh, da ist ein fetter, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Guck mal, wie es bei der Bombe hier aussieht. Da ist einer, da ist einer. So, jetzt haben wir's ja fast alle. Nö, 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 nö. Wir sind nicht allein. Raus und sucht. Sieht schon mal sehr gut aus. Dann will ich ein Stück runterrutschen, damit man nie entdeckt werden. Passt. Sieht gut aus. Ha, ha, reingelegt, Leute. Nichts. Ich weiß, dass da jemand ist. Ballum. Passt. So, jetzt müssen wir den großen Messern. Warum ich den Messer fülle? Ganz einfach, weil ich's kann. Mal gucken, wo der war. Hä? Es scheint weg zu sein. Na, Mist. Juhu, großer. Hm. Na ja. Aufgabe erfüllt und damit können wir gehen. So, wieder auf unser Gefährt, was wir uns geklaut hatten. Und damit haben wir die Mission beendet. Das war total schwierig. So, suchen wir uns gleich die nächste raus. Okay. Okay. Gegner? Nö. Kann ich hier abkürzen? Wuhu. Probier uns einfach mal. Wuhu, du, 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 Baum, Fels und Baum getroffen. War ja klar. Eine schöne Kurve. Und hier hoch. Ja, wunderbar. Das läuft. Ja, die, da, die, da, die. Pass auf die Zeilen auf! Bindi, bitte komm! Bindi! Achtung! Achtung! Bindi, deine Zeit ist gekommen. Wir brauchen deine Hilfe. Was? Teilung hab ich. Bindi, geh ran! Der Erfolg dieser Mission hängt von dir ab! Bindi! Oh, endlich! So, kann losgehen. Ich sende dir die Koordinaten der Fundstellen. Schnapp dir die Pakete, bevor Deplers Männer es tun. Vom Gouverneur? Nur du, Bindi. Dank deines jahrelangen Trainings kannst du... Warte. Was? Oh, man, da. Bindi. So. Zwei Sachen muss ich da einnehmen. Okay. Ja, diegum. Ja, diegum. Nee, das soll ich die Opus behalten. Und das Typ schlachten. Wunderschön. So soll das sein. Rein in den Korb. Rein in den Korb doch schon. So, hier muss ich jetzt irgendwo. Check. So, machen wir mal ein bisschen auf lautlos. Ob ich das auch mit meinem... Oh Mann. Ob ich das auch mit meinem Flügel schaffe bis dahin? Ich muss auch anfangen zu fliegen. Ich steh sonst, sobald du immer Schiff aussehen antippst. Ja, äh. Fliegst du krass gegen die Wind, aber kaum brauchst du es mal, weißt du? Kommt's nicht. Was für eine Scheiße hier. Na, Mann. Warum versuche ich es eigentlich? Warum? Ach. Ja, ja, ja. Weil ich wieder aus Plöße und Langeweile, ja, hier wieder Sachen rumprobieren muss. Und da krass ich natürlich gegen irgendwelche Bäume. Ach, geht doch, Mann. Oh Mann. Na hoch. Ich hab das Letzte. Wunderbar. Bitte bringe sie zu diesen Koordinaten. Du nennst dich selbst ein Krieger? Ja. So, da wir ja schnell machen müssen. Muah. Schauen wir mal, ob wir das hier noch schaffen. Musst du denn jetzt eigentlich hin? Nach da hin. Na, komm. Rehe. Alter, wenn ich jetzt wegen der Kack habe, die ich mir jetzt hier ausgesucht habe, abkacke, weil ich das nicht schaffe rastisch. Voll aus! Aber sag ich, die schnellste Karre, für der hat sich ja wüsste doch klappen. Geh weg. Passt. Läuft, läuft, läuft. Läuft nicht. Läuft, 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 läuft. Alles super. Alles super, alles super. Läuft. Gib mir mal alles. Ach, komm, echt jetzt? Ich konnte ausrasten. Weißt du, nur, ey, die Kugel ist kilometerweit weggeflogen, ja? Ich muss mir jetzt mal erklären, warum ich dann trotzdem hier fast sterbe. Weh. Hänge. Meine Fresse, jetzt hängt das Ding hier fest. Alter. Nervt nicht. Könntest du jetzt mal und so. Dankeschön, du scheiß Karre. Meine Fresse. Ich glaube, ich muss jetzt gleich nochmal anfangen. Ich will doch nur dahin. Neh, behalte ich die Straße. Meine Fresse. Was für ein Missteil. Warum habe ich das dumme Gefühl, dass ich da noch irgendwo hoch muss? Ja, okay. Könnte man noch schaffen. Gehen wir aufs Weg! Mann, 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 Mann. Wieso? Ich fahre da drauf zu. Hä? Ich fahre da drauf. Oh, Mann, 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 Mann. Ich fahre da drauf. Ich fahre da drauf. Hä? Tor, Tor, Tor. Ah! Mann Mann, da kommt so eine Scheiß... Also, hier sind deine Pakete. schlange mann 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 mal mit profis arbeiten hier so was haben wir noch propaganda da gehen wir hier ist immer mal hier in ruhe schön ja ganz gechillt zeigen was man drauf hat ja ersten kommt es anders und zweitens als man denkt so auf zur nächsten aufgabe warum leuchtet eigentlich meine hupe jetzt ist es aus huch meine scheibe ist gebrochen so was haben wir jetzt schon wieder damals damals verloren ich schicke dir die koordinaten du musst diese pakete unbedingt vor die plärmännern finden das mache ich läuft 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 passt alles super da verdammt ich muss eben hier irgendwie dahinter wird letzten meter werde ich laufen naja nee gehen wir mal perfekt besser habe ich auch dabei ich habe das erste paket 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 aber keine gegner hier weit und breit sonst sind wir auch immer ein bisschen bewacht aber jetzt kommt nach oben hoch wunderbar und Adler! Adler! Ich brauche Hilfe! So, ja, jetzt haben wir uns noch bis dahinter. Laufen, laufen, macht so Spaß. Fall nicht, wenn es immer so weit weg ist. Okay, ne Gegner weit und breit, okay, das ist schon mal sehr gut. Da ist es. Alles klar, ich habe alle. Fantastisch. Beile dich bitte und liefere sie an diesen Ort. Vielen Dank. Warum habe ich das schlimme Gefühl, dass es hier bergab geht? Alles im Griff, alles im Griff. Ja, ne, mein, äh, alles im Griff nehme ich zurück, obwohl noch läuft's. Total einfach, Mann, Alter. Wie hat's jetzt geplant, Alter? Bitteschön, schickst du die Vorräte an den goldenen Pfad? So, hätten wir geschafft, was haben wir denn noch zu tun? Da oben hätten wir noch so ein... Uh, 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 ein Propagandazentrum. Das kann man natürlich sofort machen. Da kann ich eben so richtig Radau machen. Da kann ich hier so richtig, ja, äh, Stunk, ne? Wo ist'n hier? Auffüllen. Da kann ich so richtig alle kaputt machen. Go, 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 komm schon, gib Gas. So, da wären wir. Was zum Geier machst du da? Ich hab geparkt. Habe zu meckern. Der große Jäger kehrt zurück. Bein ist außer dir kein Laufentier mehr möglich. Wann siehst du jetzt? Ich bin über das Vieh gefahren und bin fast gestolpert? Was ist denn das so'n Scheiß? Größere Tiere erledigt. Also früher haben die Autos wesentlich mehr ausgehalten. Er wird tatsächlich... Wer schießt da? Los! Weck mich, ich geh runter. Oh. Oh, tut mir aber leid. Nyeh, 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 nyeh. So, hier ein bisschen hinlegen. Passt. Ich werde hier alles vernichten. Da hin. Da hin. Warte mal, machen wir das mal anders, damit ich alles sprengen kann. Nehme ich mal das C4 wieder mit. Und lege hier... Annäherungsminen. Die Heilung ist wie verkehrt. So, damit wir das Ganze sprengen können, legen wir hier noch den Hauptsünder. Läuft. Jetzt noch das Letzte. Also. Stop. Stop. So, sollte reichen für ordentlich Roms. Was? Ich hab schon alle. Verdammt. Ja, da müssen wir halt hier anfangen. Ne, das wollte ich eigentlich nicht. Gib mir mal... Weg. Passt. So, jetzt suchen wir uns hier... Ich hab ihn's vergessen hier. Ist doch alles kaputt, oder? So. Zack. Meiner. Ich werde jeden meiner Kinder... Ich hab da hier aber alles weggesprengt in dem Innenhaus, oder bin ich doof? Gib mir nochmal C4. Ich sagte C4. So, wenn das jetzt ja nie funktioniert, dann weiß ich auch nie. Will ich mich rollen? Da war irgendeine Mini-Sachen noch ganz. Was für eine Scheiße. Aber wir haben das Propagandazentrum... Wer nicht denn? War doch gut. So. Nachladen. Meine super Waffe. So. Was haben wir noch zu tun? Wir haben kein Propagandazentrum. Kann das sein? Schade. Schade. Dann kümmern wir uns doch mal... ...um den letzten Nachschub für den goldenen Fahrrad im Süden. Ach, ich hab genug Munition dabei. Ist passt nicht. Aber ich hätte mal ein bisschen C4 mit. Ach, egal. Braucht mir die Aufgabe nicht. Für die Aufgabe sollte ich sowas nicht benötigen. Wenn ja, hab ich ein echtes Problem. So, rein da. Alter, hier kannst du irgendeine Musik. Lauf, Dunde, lauft! Ups. Ich hab denen eine Chance gegeben. Muss man dazu sagen, ne? Alter, ich sollte da lang fahren. Na, noch ein Stück vorbei. Passt, läuft. Links, rechts, geradeaus. Passt, läuft. Läuft. Alles so, wie es ist gehört. Alles easy. Hey, AJ. Ich hab noch ein Propagandazentrum gefunden. Also los. Mach dein Ding. Schalt es aus. Mach viel Lärm. Okay. Wo hat er es gefunden? Auf der Map? Oh. Hier unten ist auch noch so ein Scheißteil. Scheiße. Ich dachte, ich wäre ja schon fertig dann. Wir wissen schon, wie du vorgehst, was? Du hast die Koordinaten. Mal was anderes. Benutzt du ein Bidet? Ich meine, ich hab gesehen, was du so treibst. Du läust viel rum, schwitzt auf jeden Fall, wie ich mir vorstellen kann. Und trägst dieselbe Unterwäsche immer mindestens 12 bis 36 Stunden. Und in Anbetracht der Arbeit, die du verrichtest, muss doch irgendwie das Rasieren auf der Strecke bleiben, oder? Ich mein's ernst. Das muss doch am Arsch so richtig kratzen. Und einen sauberen Arsch zu haben, ist wichtig, wenn du gegen die Bösen kämpfst. Oh, ich schweif schon wieder vom Thema ab und verliere dich. Tut mir leid, Mann. Aber ich mach mir echt Gedanken um dich. Und zwar von oben bis unten, von deiner Nahrung bis zum Papier, mit dem du dir den Arsch abwischst. Okay, hör gar nicht hin. Viel Glück mit dem Propagandazentrum. Was für eine Scheiße labert der eigentlich? So. So. Nun gut, ich bin ja da, Gopal. AJ, einer unserer Kurierer hatte einen Unfall und unsere Pakete liegen zurzeit ungeschützt im Freien. Min-Spione könnten sie finden. Ich schicke dir ihre letzte bekannte Position. Prima, danke. Da unten ist dann ein LKW, mit dem wir mal gefahren sind. Oh, war ein Unschuldiger. Huch! Mach dir nix. Mittlerweile darf ich alles in jedem filmen, weil mein Karma so gut ist. Ja, nicht genau. Warum war mir das irgendwie klar, dass ich jetzt ein bisschen verkackt hab? Wuhu! Das war Glück! So, hätten wir das auch mal geklärt hier. Wir haben aber ziemlich weit runtergegangen hier. Wo, 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 hoch, 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 dann, okay. Yep. Hui! Ich hab das letzte und noch Zeit übrig. Gut gemacht. Und jetzt gib bitte Gas und bring sie schnell hierher. Komma! So, dann los geht er, Peter. Wuhu! 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 Soll ich einem Mieter, dass er Ballbescheid sagen? So, das nenne ich mal aufgeräumt. So, wo flicken wir denn jetzt mal hin? Nach ganz unten, war? Ah, da kommt. Nehmen wir schnell Reisepunkten los, bevor ich dort unten bin. Ich will mindestens noch den Süden jetzt fertig machen. In der Folge, oder? Habe ich denn noch alles? Also, wir gucken jetzt nur mal schnell. Seht ihr irgendwo was grünes, wenn ihr schreit einfach? Ne, also ist es wirklich das Letzte. Deswegen laden wir jetzt in die ganze Nacht. Tun ja nie lange rumtexten, sondern auf geht, Peter. Ich hab grad ganz, halt ganz dummes Gefühl, ich wollte das falsche markieren. Läuft doch! Warum eigentlich immer die Scheiden, die geprüft sind, versteh ich nicht. So, so ist er viel besser. Hier leicht einbiegen, läuft. Keine Zeit. So, jetzt haben wir's gleich. Damit haben wir den Süden dann hoffe ich so endlich mal beendet. Und dann geht's auf in den Norden. Mit Action. Also. Mit noch mehr Action als jetzt. Huh. Schieß los. Hey Jay. Huiiii. Wir haben in deiner Nähe ein paar Pakete verloren. Ich schicke dir die Koordinaten. Du musst diese Pakete unbedingt vor die Pleurs Männern finden. Das mach ich. Find ich die nicht immer vor die Pleur? Ich hab das erste. Oh! Kommst du her? Scheiß Vieh. Kam das einfach aus dem Nix? Sch Ur Sigma. Ach nee. Wir haben die Bloodyaling nicht überlaufen. Perfekt. Und das war das letzte? pointed fois na immer. Was ist da drin? Wollt İşte athletic parkeline sind etwas k SaltUS. Erst mit M行. Du 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 du. Kümmer dich nicht drum. Bring sie einfach zu diesen Koordinaten. Schnell! So, weiter geht's. Oh, hier brennt's. So, und damit haben wir den Süden abgeschlossen. Wuh, yeah, Süden ist abgeschlossen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder in den Noten und werden da mal... Achso, ich muss vielleicht... Achso, ich kann auch gar nicht. Kira? Du meinst Kira? Ich hab mich schon wieder vernünftig. Sorry, ich hatte nicht genug Schlaf. Nochmal danke, AJ. Hm, Kira? Kira? Hm. Ich will gar nicht wissen, was die für schöne Geschäfte mit sich selbst machen. So, und hier haben wir soweit fertig. Und hier haben wir noch so viel zu tun. Warte, ich mach nochmal den Filter anpassen, weil das ist immer so nervig. Das geht immer raus. Das ist auch alles weg. Und... Hab ich jetzt alles rausgeschmissen? Ne, das war Süden. Jetzt sehen wir hier haben wir noch relativ viel zu tun. Ich würde doch sagen, wir fangen hier hinten an und arbeiten uns noch ohne durch. Also, bis zum nächsten Mal, euer Huschel.